Fahrradtouren rund um Cottbus Die Stadt Cottbus hat eine recht reizvolle Umgebung, die sich sehr schön mit dem Fahrrad erkunden lässt. Dieser Artikel präsentiert eine Auswahl an Tourvorschlägen unterschiedlicher Länge in die Cottbusser Umgebung. Die große Spreewaldtour Diverse Class gleich Kubik Bleft Teil gleich Witz, 90px, Text-Align, Center, Padding, 5px Spahn Teil gleich Font-Weed, Bold, Font-Size, 1,3m eritiert, Padding, 5px größer als 85km kleiner als Spahn Teil gleich Font-Size, 0,9m eritiert, größer als die große Spreewaldtour ist ein schöner Ganztagesausflug, der einen Großteil des Oberspraywaldes erschließt. Man verlässt Cottbus in nordwestlicher Richtung und durchquert die Dörferbriesen und Guru und nähert sich der Spree bei Schmugroh. Auf dem Damm der Spree geht es weiter, bis der Radweg links Richtung Burg abzweigt. Diesem folgt man ein Stück und fährt weiter auf dem Nordweg unter der Ringchossi bis zur Buschmühle. Wer vorher einer Rast einlegen möchte, oder einen Blick vom Bismarck-Turm aus auf die Umgebung erhaschen will, biegt von der Spree kommend nicht gleich auf den Nordweg ab, sondern fährt geradeaus weiter und macht einen Abstecher von ca. einem Kilometer bis zum Turm und der Bismarckschenke. Zurück zur Buschmühle geht es weiter in nördlicher Richtung nach Straubitz. Nach einer kurzen Rast und dem Besuch der Schinkelkirche und der Holländer Mühle geht es weiter über die Wiesen nördlich des Hochwaldes durch die Dörfer Neuzauche und Altzauche. In weitem Bogen geht es auf schönen Wegen durch das Ostende des Oberspraywaldes bis nach Lübbenau. Nach der Besichtigung des alten Stadtkerns geht es weiter bis zum Spreewalddorf Leipe. Von hier aus geht es über das Waldschlösschen bis nach Burg. Die letzte Etappe führt den Reisenden nun über Werben und Briesen wieder zurück zum Ausgangspunkt, nach Cottbus. Hinweis, die hier beschriebene und downloadbare Route führt vom Lübbenauer Spreewaldhafen direkt nach Leipe. Wer sich das Schloss Lübbenau und das sehenswerte Museumsdorflede anschauen möchte sollte diesen kleinen Bogen aber ruhig fahren. Ein so großer Umweg ist es nicht, die Besichtigung kostet aber auch etwas Zeit. Durchquerte Orte und Regionen, Cottbus, Spreewaldvorland, Spreeaue, Straubitz, Neuzauche, Altzauche, Lübbenau, Option, Lede, Leipe, Burg, Spreewaldvorland, Cottbus, Rast, Gaststätten in Lübbenau, Lede und Burg sind hier nicht speziell gelistet. Die Auswahl ist in den Orten sehr groß. Viele Empfehlungen gibt es in den dortigen Artikeln. Kleine Spreewaldtour, Ausflug nach Burg, Diverse, Klass gleich Kubik, Kleeftzahl gleich Witz, 90px, Textalline, Center, Padding, 5px Spahnzahl gleich Fontwet, Bold, Fontseis, 1,3 emeritiert, Padding, 5px größer als ca. 40 km Burg. Das östliche Einfallstor in den Spreewald befindet sich nur 15 km von Cottbus entfernt und ist das beliebteste Rad-Ausflussziel der Cottbusser. Um den großen Strom zu entgehen und nicht dieselbe Strecke zweimal fahren zu müssen verlässt man nach Cottbus und Silo schließlich in Briesen den klassischen Radweg und hält sich nördlich. Hinter der Kirche geht es nach links zum Sportplatz und auf einem selbst einheimischen weniger bekannten Radweg nach Gouro. Auf öffentlicher aber de facto nicht befahrener Straße geht es weiter bis zum Schmogroher Wehr. Von hier folgt man der Spreefluss abwärts um schließlich von Norden kommenden Bürger bis Magdurm zu erreichen, Zeit für eine Rast. Im Ort selbst kann man sich noch umschauen und einige Abstecher in den Spreewald machen. Auf dem bekannten und beliebten Radweg über Werben geht es zurück nach Cottbus. Wer seine Ruhe haben möchte, biegt gleich nach dem Bismarckdurm links ab in den Penkeweg und folgt dem Fürstpücklerweg bis nach Werben. Achtung! Falschbeschilderung! Durchquerte Orte und Regionen, Cottbus, Spreewaldvorland, Spreeaue, Burg, Spreewald, Spreewaldvorland, Cottbus. Rast, es gibt hier einige Empfehlungen. Um den Sprümberger Stausee diverse Klesgleich Kubikblevzahlgleich Witz, 90px, Textalline, Center, Padding, 5px Spahnzahlgleich von Tweet, Bolt, von Zeiss, 1,3 emeritiert, Padding, 5px größer als ca. 60 km. Die Radtour ist eine recht beliebte Ausflugsroute, verspricht sie doch auch etwas Abkühlung bei einem Bad an einem der beide Strände des Sees. Die An- und Rückreise führt auf demselben Radweg. Von Cottbus geht es immer entlang der Spree bis in den südlichsten Stadtteil Garlinchen. Von hier aus weiter über ein paar Felder durch Großausnicht bis an die Nordwestecke des Sees. Hier teilt sich der Weg und führt einmal um den gesamten See. Wer einen sehr steilen Anstieg bei Sellesen vermeiden möchte, sollte den See im Uhrzeigersinn umrunden. Es gibt entlang der Tour zwei Strände, in Bagens und Kleindörn. An beiden steht Verpfälgung sowie ein Zeltplatz zur Verfügung. Bei Bagens kommt man auch direkt an einer Jugendherberge vorbei. In Bülow, ganz im Süden gibt es die Gaststädte und Pensionstorchennest. Wem die Anreise aus Cottbus zu lang ist und eine kürzere Strecke fahren möchte, kann mit dem Auto bis zum See fahren, und dort nur die Umrundung fahren. Beste Parkmöglichkeiten bieten sich in Bagens und Kleindörn. Durchquerte Orte und Regionen, Cottbus, Sprümberger Stausee, Heiz und Heichland diverse Klass gleich Kubikblev zahlgleich Witz, 90px, Textalline, Center, Padding, 5px Spahn zahlgleich von Tweet, Bolt, von Zeiss, 1,3m eritiert, Padding, 5px größer als 40km kleiner als Spahn zahlgleich von Zeiss, 0,9m eritiert, größer als diese Tour kann man als Halbtagesausflug fahren, sich aber auch als Familienausflug für den ganzen Tag organisieren. Der Start ist im Pushkin Park im Cottbusser Zentrum. Immer an der Spree entlang, vorbei an der Spree-Wermühl geht es auf einem gemütlichen Weg bis in der Ortsteil Sasbo. Hier verlässt man die Spree und folgt dem Radweg bis zum verlassenen ehemaligen Ort Lakoma, der dem Tagebau weichen musste. Ein Stück weit folgt man dem Hammergraben und nutzt dann ab Wilmerdorf einen schönen asphaltierten Weg, der zum Tagebaugelände gehört und nicht weiter befahren ist. Am Kiesseemaust führt der Weg weiter bis zum Ort Neuendorf. Der Sport- und Freizeitpark Teichland lädt zur Pause und einigen Erlebnissen für die ganze Familie ein. Eine nur wenig befahrene öffentliche Straße führt jetzt am Kraftwerk Jenschwalde sowie am Neuendorfer und am Helterteich vorbei bis nach Peitz. Kurz nach dem Ende der alten Bahnhofstraße befindet sich links das Hüttenmuseum der Stadt. Im Zentrum von Peitz kann man eine Rast einlegen und einen kleinen Rundgang zum Festungssturm und dem Markt unternehmen. Kurz hinter Peitz wartet der Badesee Garkoschka auf einer Abkühlung. Von hier aus geht es über die Felder mit etwas Abstand vorbei an der Tour Nouveer-Holländer-Mühle und dem Dorf Dreno bis zum Cottbusser Ortsteil Mayberg an der Spree-Auer. Wer Zeit hat kann auch hier noch eine kleine Tour durch die Spree-Auer unternehmen. Nun geht es über das Storkendorf Dissen zurück bis nach Cottbus. Der angebotene GPS-Track endet am Einkaufszentrum Cottbus Center im Norden der Stadt. Zum Zentrum folgt man einfach weiter der Hauptstraße. Durchquerte Orte und Regionen Cottbus, Teichland, Peitz, Beitzerland, Spree-Auer, Cottbus, Rast. Ausflug zur Koselmühle diverse Kness gleich Kubik-Bleeft-Zahl gleich Witz, 90px, Text-Align, Center, Padding, 5px Spahn-Zahl gleich Font-Wedt, Bolt, Font-Zeiss, 1,3m eritiert, Padding, 5px größer als 35km kleiner als Spahn-Zahl gleich Font-Zeiss, 0,9m eritiert. Größer als diese Halbtagestour zum bekannten Ausflugslokal im Südwesten von Cottbus ist ein Klassiker. Er führt vom Stadtzentrum durch Parks und Grünanlagen Richtung Westen, am Flugplatz vorbei bis nach Kolkwitz. Jetzt fährt man über eine schöne Wiesenlandschaft bis zum Ortsteil Putgola. Nach einer Fahrt durch den Wald erreicht man die Koselmühle. Der Rückweg ist etwas länger und führt nach Süden auf einem schönen Radweg bis ins kleine Örtchen Koschendorf. Jetzt kam das einzige, nicht vermeidbare Stück in östliche Richtung auf einer Landstraße bis nach Leuten. Schön durch den Wald geht es jetzt nach Norden zurück nach Kolkwitz. Der Weg bis zum Ströbitzer Badesee von Cottbus ist zwar unbefestigt, lässt sich aber gut befahren. Der Eisenbahn folgend geht es zurück bis ins Stadtzentrum. Ein kurzes Wegstück verengt sich mal kurzzeitig zu einem schmalen Pfad, ist aber unproblematisch. Optionen Die Tour lässt sich problemlos erweitern. Von der Koselmühle kann man noch Richtung Westen Ausflüge bis nach Wiesendorf, Wüstenhain oder den Gräbendorfer See anhängen. Auch in Koschendorf kann man nochmals westlich Richtung Ilmersdorf abbiegen. Durchquerte Orte und Regionen Cottbus Spreewald-Vorland Große Heide Spreewald-Vorland Cottbus Rast Ausflugforst Lausitz Mit einigen Optionen Diverse Klass gleich Kubik Pleft Zahl gleich Witz 90px Text Allein Center Padding 5px Spahn Zahl gleich Font Weed Bold Von Zeiss 1,3m Eritiert Padding 5px Größer als 83km Kleiner als Spahn Zahl gleich von Zeiss 0,9m Eritiert Größer als die Tour führt in die Neiße Stadt Forst mit ihrem überregional bekannten Rosengarten. Im Cottbusser Zentrum startet die Tour im grünen Pushkin Park. Weiter geht es zum Branitzer Park mit dem schönen Schloss Branitz. Der Radweg an sich folgt der Englischen Allee, einem unbefestigten Waldweg. Am Ende muss man die recht befahrene Bundesstraße B 115 überqueren. Ab jetzt geht es gemütlich zu. Ein separater und asphaltierter Radweg führt über Wald und Wiesen durch die Ortschaft Hasow, die Kattloher Müll bis nach Klinge. Hier stehen das Raubrittertor sowie das Freilichtmuseum Zeitsprung, siehe auch den Artikel zum Wiesengrund. Eine Infotafel informiert über das Mammut von Klinge, welches hier gefunden wurde und jetzt in Forst zu besichtigen ist. Nach einem Blick in den rekultivierten Tagebau Jensschwalder und in den in Flutung befindlichen Klingersee folgt man dem Radweg weiter bis in das kleine Örtchen Goßda mit seiner Tiefenkirche und weiter nach Mulknitz. Unterwegs kann man sich an einer Gedenkstätte über das Dorf Weißach informieren, welches dem Tagebau weichen musste. Weiter geht es bis zur polnischen Grenze. Wer möchte, kann auf polnischer Seite einige Kilometer nach Süden fahren und hinter dem Dorf Brosek die Reste des Geländes der Sprenghemie Munitionsfabrik der Wehrmacht besuchen. Überall im Wald findet man Reste von Gebäuden und Bunkern. Zurück zum Grenzübergang. Überquert man wieder die Neiße und fährt in das Zentrum von Forst. Der Rückweg führt über Kleinjahr nur so wie das bereits bekannte Klinge und Hasso. Über Dessinchen erreicht man wieder Cottbus. Wer die Strecke verkürzen möchte, kann den Ausflug nach Polen komplett weglassen bzw. die Rückfahrt mit dem Zug der Osteost-Scheneisenbahn bewältigen, welcher auch am Bahnhof Klinge hält. Der downloadbare Track enthält die komplette Tour, allerdings nicht den Rosengarten. Dieser befindet sich in Forst an der Neiße südlich des Stadtzentrums. Durchquerte Orte und Regionen, Cottbus, Wiesengrund, Forsterumland, Forst, Lausitz, Rast, neben dem Imbiss am Eselhof gibt es keine Gaststädten am Weg. Lediglich der Zielort Forst hat eine größere Auswahl an Restaurants bzw. Biergärten.